Hey ho, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wolf, nicht nur zu viert, nein, heute spielt mal wieder der Map-Entwickler, also der Schummel mit. Aber wir sind auf der Titanic und ich würde sagen, äh, lass uns anfangen. Genau, auf geht's. Stand, wui. Wer wird der Wolf, wer wird die Maul, wer wird die Katze? Leute, 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 ich hab, ich bin nicht dabei. Leute, Leute, ich hab noch meine Arten. Schummel, Schummel, egal, warte, Portet zu mir, komm mal, wir kriegen das hin. So, jetzt geht's. Wird schon, heißt's, wird schon? Okay, gut. Okay. Du hast jetzt einen Shop? Ja, ich hab einen Shop. Okay, jetzt auf geht's, auf geht's. Letzt Mal haben wir ja hier schon eine andere Map gespielt, eine Wildmap, die wir schon ewiglegalige hiergezockt haben hier. Und, äh, ja, ich wollte nur mal hier sagen an euch, wer auch immer der Wolf ist, der kann weit weg von mir gehen, weil ich werd mich in die Folge vercampen, okay? Oh, mein Gott, wer auch immer der Wolf ist, ich hab einen Slime Head, try to come at me. Und diehert Schwert. Schummel, gerade ich an! Schummel, gerade ich an! Hey, ich würd' sagen, das war recht eindeutig. Ich würd' jetzt einfach mal auf Schummel gehen. Nur so ein Wild candles. Also, ich muss das... Ich fühl mich übrigens sehr schuldig, das wollte ich noch mal eben sagen, ich seh nichts. Wer schlägt denn hier? Ich höre die ganze Zeit, tsch, 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 diesen Minecraft-Rad-Bahn. Ich höre es nicht. Wer ist denn der sechste? Haben wir noch mehr Freunde, von denen ich nichts weiß? Wir müssen im nächsten Mal einbauen, weil wir jetzt vielleicht ein bisschen öfter unter 5 spielen werden. Oder vielleicht noch zu 6 Mal. Wer ist denn der sechste? Vielleicht wird es Arnold Schwarzenegger oder wen können wir noch einladen? Der ist nämlich Österreicher, der könnte mitspielen eigentlich. Alles klar, der freut sich bestimmt. Ruf einfach an und sag Jo. Was ich sagen wollte, wir wollen hier vielleicht Wolf updaten oder Wolf 2 machen. Mit Arnold Schwarzenegger und dem sechsten Mitspieler, den ich noch keiner kenne. Zwei Wölfe haben einen Hirten und der Hirte ist ein Detektiv und ein Detektiv. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber okay. Ich glaube, es wäre ganz nice jetzt hier. Aber wer von denen ist hier? Ich habe hier jemanden gehört. Ich habe hier jemanden gehört. Ich bin es nicht. Das war Ronja. Alter Ronja, dein Stirb macht richtig harten Damage. Gib mal her. Oh nein. Ja. Es war mir so, du kamst aus dem nichts angesprungen und ich wollte mich verteidigen. Reaktion. Was? Ein Auto ist nicht angesprungen, da kriege ich nichts dafür, Ronja. Was? Ey, Topst ist richtig tot tot, oder? Okay. Richtig tot tot. Jetzt ist er wieder da. Aber er ist nicht der Wolf. Aber er ist tot. Aber ich glaube, ich kann ihn wiederbeleben, da weiß ich irgendwas Topstes nicht der ist. Ich habe gehört, mein Schaden... Mein Schaden. Mein Schaden macht viel Schaden auf Flo. Das heißt, falls Flo der Wolf ist, ich kümmere mich drum, Leute. Keine Sorge. Also Leute, das macht ihr nicht nur gegen mich mehr Damage, das macht ihr gegen alle mehr Damage. Ja, aber vielleicht hast du wenig Rüstung und die anderen haben mehr Rüstung. Ich schau jetzt mal. Ich habe gar keine Rüstung gerade. Ja, siehst du. Gold? Habt ihr noch Gold? Ja, ich habe noch Gold. Aber du kriegst es nicht, wenn du der Wolf bist. Ich möchte Topst wiederbeleben. Ich habe Wolfssuche. Ich habe Wolfssuche. Oh, nice. Okay, dann ich gebe dir Gold. Wo bist du? Ich bin unten beim Bärenfell. Ich könnte auch Gold geben. Du bist unten? Ja, wo Julian ist. Bei diesem Eingang mit den zwei Statuen davor, wo dann das Bärenfell drinnen liegt und der große Kronenleuchte. Ja, ich glaube, ich weiß, wo du bist. Wie viel Gold brauchst du? Ich habe 31. Reicht das? Ich brauche 4. Ich brauche 4. Ich brauche 4. Alles klar. Wir haben nicht mehr gecheckt. Ist der Tester an? 1, 2, 3, 4. Ich lege es schon mal hier hin. Julian! Hä, was? Ja, Ronja, jetzt musst du nochmal 4 Gold hinlegen. Ist okay. Julian hat die Hälfte getagst. Hier legst du hier hin. Eigentlich sollte das ein Bündel von 4 sein. Bist du da? Man kann sich den Wolfssuch nicht kaufen. Hä, wo? Pech nicht. Hä, könnt ihr nicht wollen im Eingang? Hallo? Hallo? Okay. Hier liegt jetzt Gold. Okay? Theoretisch. Ist es da? Ey, habt ihr vielleicht für mich ein bisschen Gold? Ja, ich brauche Gold. Ich habe jetzt 14. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Ich verteidige jetzt mein Gold-Stash. Freunde, komm her. Ich trade, ich trade, okay? Für was tradest du? Das? Das ist useless. Das will ich nicht. 15 Emeralds. 15 Emeralds, okay? Okay, 15 Emeralds. Wie viel Gold willst du? Wie viel? Nein, 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 nein. Ich bin nicht Wolf. Ich bin nicht Wolf. Okay, du wolltest Dings wieder beleben, oder? 1, 2, 3, 4. Nimm. Belebe. Gib mir Dings. Gib mir. Ich brauche Gold. Hey, Ronja, scammed. Ich glaube dir nicht. Ich bin... Hi. Hi. Ich kann den Trank des Lebens nicht... Was? Du kannst den Trank des Lebens nicht... Ich kann den nicht kaufen. Ich kann den nicht kaufen. Okay, dann gib das ganze Gold an Julian oder mich. Und dann... Ich habe 10 Gold. Ah, schummelbeste. Ich habe noch ein Renderweiser. Oh, nein. Ich bin vergiftet. Ich habe Aragon Leggings. Ich habe Aragon Leggings. Stark. Herzlichen Glückwunsch. Hey. Ich habe was Schönes für dich, bevor ich sterbe. Für mich schummeln. Oder? Doch, das ist schummeln. Ich sterbe jetzt nämlich. Oh, mein, die Dörtel. Oh! Boah! Ich... Ich wäre... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Davon stirbst du. Ich würde es nicht essen. Pro-Tipp. Nein! Du hast das Slime-Ped gehabt. Du hast das Slime-Ped gehabt. Du hast das Slime-Ped gehabt. Okay. Gut. Ich wollte dich jetzt nicht hier. Schummeln hat meine Gefühle verletzt. Warte, wo bist du? Äh, ich bin... Flo, Flo, komm her. Draußen vor diesem Raum. Wo bist du? Na, na. Ich hab'n dir am Anschwert. Alles gut. Ich brauche das nicht. Warte, ich geb's dir wieder. Ich geb's dir wieder. Ne, hier. Flo, ich mach dir das. Ich hab' selber einen Slime-Ped. Ich brauche es nicht. Hier, du kannst es haben. Ich hab' selber eins. Oh mein Gott. Ey, warum hast du mich geschlagen? Ich bin nett. Wieso würdest du das tun? Julian? Julian ist böse. Julian ist böse. Julian ist ein friedlicher Kerl. Der ist durch Pille gegessen. Julian ist der Wolf. Ey, wer schlägt... Aua. Ey, da, ich bin... Okay, Flo hat geschlagen. Weg. Hör auf, du schlagen ist. Julian. Conja, böse. Julian. Ich... Julian, ich möchte dich wissen lassen, dass ich einen Slime-Ped hab. Wer auch immer... Schummel ist es. Schummel ist es. Es ist Schummel... Okay. Alles gern. Julian, greif mich an. Hör auf damit. Oh nein, Julian. Wie uner warst du? Schummel war voll die ganze Zeit. Mit Omega-Tritte und sich verdrangen. Entschuldigung. Ich bin Slime-Ped. Das ist echt so. Oh. Nein. Hä? Warte, ist er der Wolf nicht? Hä? 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 Flo! Nein, ich bin nicht. Ah! Komm her, Julian! Hey, wo bist du? No! Nice, Julian. Nice. Hä? Ich hab dich aber versteckt. Oh, Mann. Ey, Tob's wieder drauf? Ja, oder? Tob, schreib mal ja in den Chat. Auf geht's. Neue, neues Glück hier. Und mal schau, ob ich wieder mal... Oh, ne. Oh, ne. Irgendwo hin, wo keine... Ja, natürlich nicht. Man kennt das, Leute. Wolf. Ich hab 13 Rubies. Oh, mein Gott, Julian! Und ich hab'n Invisibilität. Ey, Invisibilität. Ey, Leute, Leute, warte. Ey, Schummel. Hast du Turtle-Trank eingefügt? Ja, ich hab'n Turtle-Trank eingefügt. Was? Nehm dich nicht mit mir an. Ich hab' vorhin Holzschmerzen zu suchen. Und zu finden. Und ich hab' keine Angst, es zu verwenden. Es gibt in 1.13 oder 14 einen Potion of the Turtle-Master. Genau, das ist sowas ähnliches. Au! Entschuldige dir. Julian, schlägt mich. Ich nehm' dir jetzt alles weg. Oh, Tops. Oh, Tops, das war'n Fehler. Du weißt, was ich hab'n? Ronja, 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 was? Ronja, halt Abstand. Ich bin freundlich. Ich hab' dir nichts getan. Ronja, gib mir die Hälfte von deinem Edelstein. Nein! Sonst muss ich dich töten. Ich hab' nicht mehr was. Gib mir die Hälfte von allem. Von, ich auch. Okay. Julian, gib uns die Hälfte von allem. Julian! Was macht ihr denn? Hey, wo ist Julian rausgekommen? Aus nem Geheimausgang. Okay, ich verlasse mich wieder. Julian? Hier ist Julian. Hier unten in der Kiste. Blumal! Hallo Julian. Gib mir die Hälfte von allem, sonst töte ich dich. Oh ne, Mist, du hast'n Diga-Schwerten aber meint. Ignorieren, was ich gesagt hab'. Ich muss siegeln sich raus von Siegeln. Hey! Ich will ja nichts sagen, aber... Dirtlos sind... Ich glaube, Stummel is'n Wolf. Aber auch nur so... Nein! Dirtletrank. Ich hab'n Dirtletrank. Ich hab'n neun Geheimgang gefunden, aber ich hab'n... Okay, ich bin zu viel rausgekommen. Julian, du lootest mal das weg von mir. Das mag ich überhaupt nicht. Appreciate dich. Gar nicht. Ich mag dich gar nicht mehr leiden. Hä? Ich steh'n Toronto. Dann sind wir keine Freunde mehr. Jo, meh! Ich bin schroff. Jo, meh! Ich bin der Müllchen scharf. Jo, meh! Ich bin der Müllchen scharf. Ich weiß nicht, wieso Leute das sind. Jo, meil! In den Zimmern. Jo, ist bei mir auch. Ah, okay. Das ist Ronja. Ich hab'n steilschwer-Tops. Come at me. Hör auf. Flo... 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 Flo, du weißt doch mehr. Du, 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 du. Du, du, du. Ich bin die Hälfte von... Wir haben die Hälfte von anderen Schnapps. Ja, hier. Nein! Ich sterbe! Wieso... Nein! Ich hab'n Low-HP. Ich meid es mir. Schummel, Schummel! Oh! Oh, Schummel! Aargh! Hä? Hä? was war das nein ich mag dich nicht mehr ich bin scharf ich bin scharf du kannst ich bin scharf ich möchte jetzt gerade nicht gerne und dann komme ich mit dem kind kriegt gemacht aus dem ich kann nicht richtigen holz material ich habe ein geschenk für dich die rückseite von dem schiff links hinten da ist auf dem rand irgend da sieht man was raus ich fühle mich da schuldig ich habe es gar nicht gesehen ich habe es nicht gesehen was passiert wenn man hier auf den knopf drückt doch machen wir nicht oder doch du es nicht okay ist egal ich habe auch nicht jetzt mit dem was ihr gezeigt habe ich letzte runde war schummel gekillt ich wollte einen wolf suche ich habe einen wolf suche macht das macht das macht das schummel funktioniert nicht oder hast du wieder kaputt gemacht schummel doch nee das ist ja ronja oder chaos okay flo ich töte dich ich töte dich ich weiß dass du es bist du hast du hast du hast du hast du hast du ronja getötet auf geht's hier neue runde neues glück das habe ich das habe ich gekriegt das hast du gekriegt hallo ist mich ach so was ich bin ich bin ja ich habe ich bin ich kriegst du viel damage gar nix Ich hör hier irgendwo nicht nene auf! Ist das so gut? Ich mach nichts, ich hab den Volk! Warum?! Nächste Runde, nächste Runde Auf geht's, neue Runde, neues Glück hier! Das schafft's! Ich werde nie Wolf! Du bist aber auch der Runde! Ich werde jetzt den Flo töten! Nein! Tops, warum macht das so viel Damage? 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 Ich sag, ich bin lowlife. Warum macht das so viel Damage? Schlag ich ein bisschen noch mal drauf. Guck mal, nein, tue ich nicht. Ich höre hier Aggressionen aus, Leute. Das ist ein größeres Wolf-Wasser. So nach dem Motto, ja, hört doch einfach auf mich einzuprügeln. Oh Leute, ich habe ein Steinschwert. Ich bin unaufhaltsam. Rein mathematisch habe ich ja nichts falsch gemacht, weil Tops weiter Wolf... Also wenn irgendjemand von euch sich auch nur einen Schritt in meine Richtung bewegt, ihr seid tot. Oh, das war ein Kampfschrei. Das war kein Kampfschrei. Danke, das ist nett von dir Flo. Ich unterstütze gerne den Map-Entwickler. Oh, vielen Dank Flo. Schummel, kannst du mir hier schnell gehen? Schummel! Wir cheaten nicht. Wir cheaten nicht. Darf der Map-Entwickler cheaten? Ey, jetzt sind schon wieder alle Kisten leer! Ich hab mir zwar... Ich hab zwei Steinschwerter. Ich würde eins abgeben. Soll ich eins abgeben? Das erste was ich mir kauft ist... ...random... Was? Hallo? Hallo? Guten Tag! Ach, Flo, ich hab Flo! Ich hab Flo gravieren! Äh... Alles klar... Ich hab keine Ahnung wer es ist... Es hat sich so angehört, dass ob der Dingslamister gewählt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das Flo ist. Der Flo stinkt. Du hast 24... Gib mir mal welche. Ah! Ah! Es ist... Ronja, ich glaub du hast dich verraten. Oh mein Gott! Alles klar. Ok, zeigt euch! Ihr Schwächlinge! Ich wollte Flo töten! Hättest mir nicht wenigstens Zeit lassen können! Ist mir egal, ob ich Wolf bin oder nicht. Ich muss Flo töten! Einfach aus Prinzip. Weiß ich nicht. Ich hab grad irgendwie... Ich hab grad die Bestattung gekriegt. Lass mal irgendwie alle runtergehen oder so. Dass wir zusammen sind. Gemeinsam! Ronja ist bei mir! 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 Ah, ich bin vorne bei den... Ja, lass uns alle runtergehen zusammen, damit wir alle zusammen sind. Nein, nein, Ronja! Das ist ne gute Idee! Lass uns alle... Lass uns alle zusammen runtergehen! Als große Familie! Ich geh schon mal vor! Ich hab 40 Rubis! 40 Rubis? Hol dir doch... Hol dir doch... Ich hab 45 Rubis! Gehnlechen, wo seid ihr denn? Hallo! Oh! Wapp, 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 wapp! Wieso ist Schummel weggeportet? Du Hackerman! Wo bist du hin? Ich hatte hier einen Lebensretter, der funktioniert ja auch so. Seit wann funktioniert der? Du kannst mich nicht töten! Schummel, ich hasse dich! Wie soll ich den gewinnen, wenn ich dich nicht töten kann, hm? Darüber mal nachgedacht? Funktioniert nur einfach mal. Oh, okay. Soll ich mal was lustiges machen? Soll ich mal was lustiges machen? Warte, funktioniert das jetzt nicht? Wieso hat das nicht funktioniert? Äh, Leute, ich hab Wolfsuch! Warte, warum hat das... Ich glaub, den brauchen wir nicht mehr, Julian. Aber danke! Gott, dammit! Leute, ich bin nicht der Wolf! Flo ist der Wolf! Offensichtlich! Äh, ja... Äh, Schubbel ist der Wolf! Offensichtlich! Der will das hier so drehen, als ob ich der Schuldige wäre, aber so ist es gar nicht. Aber in Wirklichkeit bist du die Schuldige. Wo bist du denn, Julian? Ähm, wo bist du denn, Julian? Äh, vorne am Schiff mit Arakon-Rüstung. Oh, schön, dass du was dazu sagst. Vielleicht ist es auch mal Wolf-Rüstung, aber... Ach, stimmt! Ich hab eigentlich was gehabt, aber es hab nicht gewollt. Ich will nur überlegen, soll ich nur einfach wiederbeleben, damit ich ihn töten kann? Ja. Mach einfach. Ja, Entschuldigung, ich kann nicht mehr sagen. Just do it. Ich brauch... Ich brauch noch... Scheibenkleister! Springen auch nicht einfach vom Boden! Ich bin so schnell! Wieso? Schau mal, jetzt nicht schon wieder! Oh nein, mein Ding ist leer! Ohohohoho! Was? Ich wollte Flo noch wieder... Ich wollte Flo noch wieder überleben! So, und das war's dann auch mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt mir in den Kommentar, welche Map euch am besten gefällt. Ich persönlich mag die Titanic tatsächlich am liebsten. Das hab ich auch schon mehrmals gesagt, glaube ich. Aber es kann ja sein, dass ihr andere Präferenzen habt. Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr matcht möchtet, Link in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!